I'm very pleased to welcome Saskia Esken. Herzlich willkommen hier bei der Aspen Intelligence Week. Und zwar freuen wir uns, dass Sie bei uns sind, weil Sie können direkt aus dem politischen Blick und auch aus dem Regierungsblick uns sagen, was Artificial Intelligence, was der Vorschlag der Bundesrepublik ist und wohin auch die Finanzen sich richten sollen. Sie kommen gerade aus der Haushaltsdebatte. Und vielleicht können Sie uns berichten, es gibt ja die Strategie der Bundesregierung, wie man auch mit den Veränderungen umgehen will. Und auch in dieser Phase von Corona mit den Fragen, die sich daraus ergeben. Vielleicht berichten Sie, wie zufrieden sind Sie denn mit dem, was Sie bislang erreicht haben? Das klingt dann auch, als wollten Sie nicht noch mehr Fragen stellen. Die Antwort könnte sehr umfangreich ausfallen. Aber ich versuche mal einzusteigen, auch von der Geschichte her, von meiner Rolle her. Als Parteivorsitzender der SPD bin ich ja nun nicht Teil der Regierung sozusagen, sondern es sind Ministerinnen und Minister. Ich bin allerdings Parlamentarierin und ich war bis vor kurzem noch Mitglied der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, die der Bundestag sich gegeben hat. Und das ist ein ganz wichtiges Gremium auch gewesen, denn die schreiben ja, entwickeln ja und schreiben auf Handlungsempfehlungen für den Bundestag und damit auch für die Regierung, für eine künftige Regierung. Und ich fand es sehr spannend, dass wir uns dort erst mal mit der Frage beschäftigt haben, 19 Abgeordnete, 19 ExpertInnen aus den verschiedenen Fachrichtungen, Soziologen, Informatiker, Juristen und viele andere Ethiker, eben mit der Frage, was ist überhaupt Künstliche Intelligenz? Was ist der Gegenstand unserer Beratungen? Wir sind sehr schnell drauf gekommen. Wir müssen nicht über iRobot sprechen oder den Terminator, sondern es geht um die Dinge, die heute bereits möglich sind und die morgen und übermorgen möglicherweise zum Einsatz kommen. Und dann eben die politischen Rahmenbedingungen, die wir einerseits förderlich dafür aufstellen wollen, in Bezug auf Forschungsförderung, aber auch gesetzliche Rahmenbedingungen. Auf der anderen Seite aber auch ganz klar Regeln aufzustellen, die eben unseren Grundwerten auch in Europa entsprechen. Grundwerten, die mit der informationellen Selbstbestimmung, mit Privatheit zu tun haben, natürlich auch mit der Verhinderung von Diskriminierung und vielem anderem mehr. Und da sind wir zu, glaube ich, ganz guten Empfehlungen gekommen. Und insgesamt kann man sagen, dass die Europäische Union dabei ist, einen Weg zu entwickeln, der so ein Stück weit zwischen der US-amerikanischen Vorgehensweise und der chinesischen Vorgehensweise und Umgehensweise mit Künstlicher Intelligenz liegt. Nämlich ganz klar, wie gesagt, Regeln, Ziele, Zieltreue und Transparenz vor allem auch vorzugeben. Nun nimmt die Bundesregierung ja über 350 Milliarden Euro in die Hand, gerade in dieser Corona-Krise, um vor allem Industrien hier in Deutschland zu stärken, um halt Massenarbeitslosigkeit auch zu verhindern. Was ist denn Ihre Bilanz? Inwieweit hat diese Kriseentwicklung, die durch künstliche Intelligenz vielleicht später gekommen wäre, bereits vorausgenommen? Insgesamt hat die Regierung sich bemüht, und da war ich wirklich auch beteiligt am Konjunkturpaket, nicht nur konjunkturell wirksame Maßnahmen eben für von der Pandemie betroffene Unternehmen zu ergreifen, sondern auch in sehr weitgehendem Maße Maßnahmen zu finden oder auch vorzuziehen, die in die Zukunft gerichtet sind, die eben Zukunftstechnologien besonders stärken. Und dazu gehört vielleicht auch die Wasserstofftechnologie und die E-Mobilität und diese Dinge, die mit dem Klimawandel auch zu tun haben. Aber eben natürlich auch Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz. Und ich glaube, dass es darauf ankommt, dass wir in Deutschland, wie gesagt, in der Industrie die entsprechenden förderlichen Rahmenbedingungen auch schaffen. Das hat auch mit dem Datenraum zu tun. Auch der muss in Europa gestaltet werden. Gar nicht so sehr die Entwicklung von Algorithmen. Da sind wir eigentlich schon, finde ich jedenfalls, wissenschaftlich sehr, sehr stark. Aber der Datenraum, der Free Flow of Data, von dem die Europäische Union an der Stelle auch spricht, natürlich im Rahmen dessen, was wir auch vorgeben an Datenschutzgrundverordnungen und anderen wichtigen Prinzipien, diese Dinge voranzubringen. Da war es jetzt auch an der Zeit, nochmal zusätzliche Mittel zu investieren. Und das haben wir getan. Nun will ich erstmal nochmal gezielt alle einladen. Das ist Ihre Debatte hier heute. Und Sie können Fragen stellen. Also schicken Sie uns die über diese Question-and-Answer-Funktion auf Zoom, wenn Sie uns da verfolgen. Sie werden die Gelegenheit haben, diese Fragen zu stellen. Nicht persönlich, aber ich werde die dann alle vortragen. Und eine Frage würde ich ganz konkret, weil es ist ein sehr bewegter Tag heute, an Sie richten wollen. Und zwar, was Corona angeht, das schwebt ja über allem. Nun gibt es die neueste Empfehlung von Leopoldina. Das ist die Expertengruppe, die auch die Regierung berät, dass man einen Lockdown, einen harten Lockdown machen soll über Weihnachten statt dieser Lockerung, die ja in Aussicht gestellt wurde. Der Staat Sachsen macht das jetzt schon ab kommendem Montag. Wie wird sich denn die SPD da positionieren? Was ist Ihre Haltung dazu? Also ich finde es wichtig, dass wir die Entwicklung der Fallzahlen und vor allem auch die Entwicklung der Situation in den Pflegeheimen und in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen ganz genau betrachten. Und dass wir leider sehen müssen, dass wir zwar das exponentielle Wachstum der Fallzahlen bremsen konnten mit unserem Lockdown-Light, sage ich mal. Aber eben wir verharren auf einem hohen Niveau, beziehungsweise jetzt steigen die Zahlen wieder leicht. Und wir bringen damit insbesondere die Intensivpflegekapazitäten unter Druck. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dazu zu dem aktuellen Stand über Weihnachten und anfangs war ja auch Silvester sehr stark mitgedacht, dass wir da zu Lockerungen kommen, der Kontakhäufigkeit, dann könnten wir tatsächlich wieder in ein exponentielles Wachstum kommen, was wir dringend verhüten müssen, weil dann stehen wir vor Situationen, wie wir sie in Norditalien hatten, wie wir sie in den USA hatten, dass eben Pflegekräfte und auch Mediziner vor der Frage, vor der Situation stehen, entscheiden zu müssen, wer kann behandelt werden und wen muss man sterben lassen. Und das möchten wir auf jeden Fall verhindern. Also flächendeckender Lockdown, wie Leopoldina das möchte, ja oder nein? Wir müssen jetzt tatsächlich zu solchen Entscheidungen kommen, weitere Maßnahmen herbeizuführen. Gut. Und das hat ja auch Auswirkungen auf die Industrie hier in Deutschland gehabt. Der Fokus, das ist ja ein Teil der Kritik, ist auf die traditionellen Industrien, auf den Autobau, auf die, die die Arbeitsplätze hier zur Verfügung stellen. Wie sieht es mit den Start-ups aus? Bekommen die Ihrer Ansicht nach genug Unterstützung? Gerade im Hinblick auf die Entwicklung von AI, was ja, wenn wir schon mittendrin wären, im Prinzip könnten wir ja alle nach Hause gehen, die Pandemie passieren lassen und Artificial Intelligence würde alles für uns machen, oder? Das wäre schön, das ist aber, glaube ich, eine nicht gültige Voraussicht. Tatsächlich kann künstliche Intelligenz uns bei vielem unterstützen, was wir heute tun. Schon Digitalisierung ohne lernende Algorithmen war dazu in der Lage. Aber jetzt kommen wir noch zu weiteren Schritten, auch Entscheidungsvorbereitung zu verbessern und sagen wir mal beispielsweise die individuelle Lernbegleitung von Schülerinnen und Schülern zu verbessern. Dann möglicherweise auch sowas wie einen Wechselunterricht oder Distanzlernen auch gut zu begleiten und nicht so, wie es jetzt im Frühjahr und im Frühsommer gelaufen ist. Insofern steckt da schon viel Potenzial drin. Es steckt viel Potenzial auch für das Gesundheitswesen drin, für die medizinische Forschung natürlich auch, aber auch für die Dokumentation dessen, was jeden Tag in Krankenhäusern und Pflegeheimen gearbeitet wird. Da wird ja viel dokumentiert, zu Recht, um Qualität zu überprüfen. Aber es ist viel Arbeit, die dann am Bett an der Pflege verloren geht. Und da kann man, glaube ich, schon sehr, sehr viel machen, ob die Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung dazu geeignet sind, in der Hauptsache Startups zu fördern oder eher die große Industrie. Ich glaube, wenn es um künstliche Intelligenz und Digitalisierung geht, sind unsere kleinen und mittleren Unternehmen und auch die Startups in der Vorderhand und nicht die großen Tanker, sagen wir mal, der industriellen Produktion. Auch wenn die natürlich auch an der Zukunftstechnologie interessiert und in der Entwicklung sind. Ich glaube, dass jetzt die Frage des Lockdowns zugunsten von Corona und zugunsten der Gesundheit der Menschen da keinen Einfluss drauf hat. Der Einfluss ist in der Hauptsache gegeben auf den Einzelhandel, auf die Gastronomie, auf die Veranstalter, auf Soloselbstständige in der Veranstaltungsbranche. Die leisten jetzt gerade im Moment Solidarität für uns alle. Und deswegen war es wichtig, da Ausgleichsmaßnahmen zu schaffen mit der November- und Dezemberhilfe und auch mit den Überbrückungshilfen. Aber die großen Investitionen in die Zukunftstechnologien, die kommen allen zugute, die auch in der Lage sind, sie in Anspruch zu nehmen. Und da müssen wir, das muss man allerdings einräumen, oft hinschauen, dass die Ausschreibungen nicht so hochbürokratisch sind und dass sie vor allem auch kleineren und mittleren Unternehmen auch zugänglich sind. Sie sagen ja, zu Recht, es sind Überbrückungshilfen. Die Frage ist ja auch, überbrücken wohin? Also wie stellen Sie sich nicht nur eine Post-Corona-Gesellschaft, die mehr AI beeinflusst ist, vor und wie stellen Sie sich da die Veränderung der Arbeitswelt vor? Also zunächst muss ich sagen, haben wir unter Corona-Bedingungen einen starken Fokus auf die Dienstleistungsberufe bekommen, vor allem die Dienstleistungsberufe am Menschen, aber auch in der Logistik. Das sind diese sogenannten systemrelevanten Tätigkeiten, die durch Digitalisierung oder künstliche Intelligenz nicht wegfallen werden. Die werden dadurch nicht ersetzt werden können. Weder Pflegekräfte werden ersetzt werden durch künstliche Intelligenz noch die Menschen, die für uns die Regale im Supermarkt einräumen und deren dringende Notwendigkeit wir ja jetzt gesehen haben, dass wir diese Erkenntnis haben, haben die aber noch nicht im Geldbeutel gemerkt. Und das ist, glaube ich, was, wo ich mir jetzt eine Post-Corona-Zeit vorstelle, dass wir nichtproduktiven Berufen, sogenannten nichtproduktiven, die eben nicht in der klassischen Produktion arbeiten, die Wertschätzung zukommen lassen, die sie auch verdient haben. Und vor allem, dass sie auch ein Leben finanzieren können und ihre Familien ernähren aus einer Vollzeittätigkeit. Das zunächst mal vorneweg, weil das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig. Und die Frage, wie wir als Gesellschaft in Deutschland und Europa, aber glaube ich sehr stark auch in Deutschland, zögerlich sind, Veränderungen auch anzunehmen und uns damit auch nach vorne sozusagen vor die Welle, das ist jetzt in dem Fall ein bisschen schräg wegen Corona, vor die Entwicklung zu kommen. Das ist in Deutschland nicht so stark gegeben. Wir haben keinen starken Veränderungsmut. Und da jetzt aus der Krise heraus, denn da liegen ja auch immer Chancen, neuen Mut zu fassen, auch stark nach vorne zu gehen, Zukunftstechnologien zu gestalten, nicht als Ereignis zu empfinden, das wir selbst nicht in der Hand haben, sondern zu wissen, wir haben das Primat der Politik als Gesellschaft auch. Die ganze Gesellschaft ist dazu aufgerufen, diese Zukunft mitzugestalten. Ich würde gerne ein Gegenbeispiel setzen zu den Pflegeberufen, die, wie Sie ja zu Recht herausstreichen, nicht nur systemrelevant sind, sondern da kann man auch niemanden ersetzen. Aber wenn wir konsequent weitere Schritte gehen in Richtung Elektrifizierung der Mobilität, aber auch alternative Energien, da werden im Schnitt ein Zehntel der Menschen gebraucht, der arbeitenden Menschen, um diese Produkte zu erstellen, auch in der Automobilindustrie. Was ist denn Ihre Forderung jenseits dessen, dass der normale Verbrenner jetzt kein zusätzliches Geld, die Automobilindustrie, da nicht gestützt wurde, an genau diese Industrie? Welche Signale haben Sie das Gefühl, haben Sie da gesetzt und wie wird das aufgenommen? Die Industrien haben jetzt nicht nur die Maßgabe bekommen, wir fördern Elektromobilität und nicht die Zukunft des Verbrenners, sondern sie haben natürlich auch ganz starke Unterstützungssignale bekommen in Bezug auf Zukunftstechnologien. Also Forschungsmittel, Forschung und Entwicklung in den Großen, ebenso wie in der Zuliefererindustrie. Denn gerade die Zulieferer sind ja diejenigen, die viel für die Verbrennertechnologie erstellen, Abgassysteme und ähnliches mehr, Motoren. Und da tatsächlich dann oder Teile da tatsächlich auch dann sich Alternativen zu entwickeln, die nicht unbedingt jetzt mit dem Elektromotor zu tun haben müssen, sondern auch in anderer Form Mobilität oder anderes aus dem eigenen Geschäftsbereich zu entwickeln. Und da brauchen die tatsächlich Unterstützung. Man muss schon auch sagen, wenn man in andere Länder guckt und in andere Unternehmen, man hat möglicherweise die Entwicklung ein paar Jahre verschlafen der Elektromobilität. Und jetzt muss man ein bisschen schneller hinterher kommen. Wir sind der Auffassung, dass die Unternehmen ihre Beschäftigten halten und weiterentwickeln und weiterbilden sollen. Die Kurzarbeit ist ja dazu auch ganz explizit angelegt. Wir wollen auch über die Kurzarbeit hinaus mit dem Qualifizierungschancengesetz und mit vielen anderen Angeboten, möglichst auch mit dem Recht und einer Pflicht auf Weiterbildung, die Weiterbildung als ganz natürlichen Bestandteil auch des Arbeitsalltags entwickeln, damit Menschen im Beruf fit bleiben können. Diese Kalkulation der allenfalls zehn Prozent, die da noch gebraucht werden, die glaube ich jetzt einfach mal nicht. Es wird ja auch über die Digitalisierung immer wieder gesagt, da gehen massenhaft Arbeitsplätze verloren. Ich glaube das einfach noch nicht, abgesehen davon, dass ich niemanden, faktisch niemanden kenne, der nicht sagen würde, ich würde mit ein bisschen weniger Arbeit auch zurechtkommen. Das heißt also, weniger arbeiten ist, glaube ich, keine Drohung. Wir müssen nur natürlich den Mehrwert, der sich ergibt aus Digitalisierung, technologischer Entwicklung, auch künstlicher Intelligenz, dann auch gerecht verteilen, sodass auch alle was davon haben und nicht nur die Konzerne. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass eben im Sinne einer, früher hat man über Maschinensteuer gesprochen, heute müsste man das anders nennen, eine Umverteilung hinbekommen der Arbeit, sodass alle weiterhin Arbeit haben. Arbeit ist ein wichtiger, auch sinnstiftender Bestandteil unseres Lebens. Aber natürlich muss auch der Lebensunterhalt verdient sein. Und deswegen müssen wir zusehen, dass alle im Boot bleiben, alle im Spiel bleiben und ihre Chance erhalten, sich auch weiterzuentwickeln. Also es gibt ja diese McKinsey-Studie, die sehr oft zitiert wird, dass ungefähr die Hälfte der Tätigkeiten könnten durch AI übernommen werden. Aber mitnichten würden Jobs vernichtet werden, sondern ganz im Gegenteil, man könnte sogar mehr Jobs dadurch schaffen. Aber das ist ja immer eine globale Betrachtung. Jetzt sind Sie hier in Deutschland, Co-Vorsitzende der Sozialdemokraten und das ist ja Ihre Wählerschaft hier in Deutschland. Wie wollen Sie denn Deutschland vor den Verwerfungen, die daraus entstehen könnten, wenn Jobs auf der einen Seite nicht mehr so funktionieren? Nehmen wir das Beispiel Automobilindustrie, was ja eine Kernindustrie in Deutschland ist. Aber woanders geschaffen werden, das ist ja nicht notwendigerweise in Deutschland. Was ist denn da Ihre Strategie, dass man das wirklich auch regional schafft und nicht einfach global betrachtet? Also bislang hat Deutschland solche Entwicklungen immer gut bewältigt und immer so, dass eher mehr Arbeitsplätze entstanden sind als weniger. Wir haben in den letzten Jahren einen hohen Arbeitskräftebedarf gehabt. Wir haben viel Zuwanderung auch gehabt, innereuropäisch und auch darüber hinaus von Fachkräften, die nach Deutschland gekommen sind, um hier Glück zu suchen und auch eine berufliche Perspektive zu finden. Und insofern bin ich zuversichtlich, dass uns das auch mit den weiteren Entwicklungen gelingen wird, wenn wir eben in Zukunftstechnologien investieren und wenn wir auch Mut machen, sowohl den Unternehmen als auch den Beschäftigten mit der notwendigen Unterstützung, auch staatlichen Unterstützung, werdet ihr Teil des Spiels bleiben. Wir haben Strukturreformen, wie beispielsweise das Ende der Braun- und Steinkohle und auch die nur noch geringe Stahlproduktion in Deutschland bewältigt, weil wir eben entsprechende Strukturreformen auch und Strukturunterstützungen auch gegeben haben und dort eben Technologien auch angesiedelt haben, die dann Entwicklungen, die Arbeitsplätze schaffen. Damit es keine Umverteilung sowohl nicht aus Deutschland heraus als auch nicht innerhalb von Deutschland gibt, sodass eben ein Teil der Menschen keine Arbeit mehr hat und der andere Teil muss immer noch 60 Stunden die Woche schuften, dafür müssen wir allerdings Sorge tragen. Sie sprechen auch von staatlicher Unterstützung. Die Bundesregierung hat ja auch den Anspruch, dass sie Normen setzt. Es gab auf dem Digitalgipfel diese Normierungsroadmap. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass Deutschland, dass Europa diese Kraft entwickeln kann, auch wirklich Normen zu setzen? Als Gegenbeispiel in den USA ist ja eigentlich schon längst der Zustand erreicht, dass die großen Tech-Firmen Normen setzen. Wie kann man das als Regierung tun? Zum einen dadurch, dass Standards vereinbart werden, an die sich dann alle halten. Und wenn wir nicht als Deutschland, sondern vor allem als Europa agieren, dann haben wir schon auch die wirtschaftliche Kraft und auch die politische Kraft, um Standards zu setzen. Ich denke, ich darf nochmal die Datenschutzgrundverordnung nennen, die mittlerweile in Kalifornien, glaube ich, entsprechend umgesetzt wird und abgeschrieben wird, wenn man so will. Das heißt, wir setzen schon auch Standards durch Vorbild. Und in vielen anderen Dingen ist es auch der Fall. Die Regierungen der Jahrtausendwende haben starke Impulse gesetzt bei der Frage Luft- und Wassereinhaltung, also Umwelttechnologien. Und die deutsche Maschinenbauindustrie ist dadurch auch in diesen Jahren sehr stark geworden, dass sie eben eine technologische Ausrichtung anzubieten hatte, die andere kurz danach nachgefragt haben, weil das Bewusstsein weltweit gewachsen ist, dass wir unsere Umwelt reinhalten müssen. Mittlerweile ist es der Klimaschutz. Auch beim Klimawandel schreitet Deutschland ein Stück weit voran und investiert jetzt sehr stark in Wasserstofftechnologie und überwindet gleichzeitig die Atomkraft, die Nutzung der Atomkraft und die Nutzung der Kohle, was eine ziemliche Herausforderung ist. Und da eben daraus auch wieder Mehrwerte und technologischen Vorsprung zu generieren, das ist eine Kunst, die uns erst gelingen muss. Am Ende ist die normative Kraft des Faktischen stärker als die der Normierungen. Aber selbstverständlich ist es auch notwendig, dass in vielen Bereichen, wo meinetwegen Standards von amerikanischen Unternehmen gesetzt worden sind, die aber nicht durchgehend gelten und Gültigkeit haben, dass die eben auch dafür, dass man auch dafür sorgt, dass da auch die notwendigen Grundlagen für geschaffen werden. Nun tut sich ja diese Woche Europa mal wieder ein bisschen schwer, gemeinsam zu agieren, wie wir alle wissen. Aber ein Thema, von dem ich weiß, dass es Ihnen sehr am Herzen liegt, ist auch Datenmonopole zu brechen. Gerade um auch China etwas entgegenzusetzen, die Macht des Faktischen. Wie wollen Sie die bezwingen? Ja, da geht es tatsächlich darum, dass viele Unternehmen und der chinesische Staat kann ja sozusagen auch als sehr, sehr großes Unternehmen, wirklich sehr, sehr großes Unternehmen betrachtet werden, mit einem gemeinsamen Datenraum und im Übrigen ohne jede Rücksicht auf Privatheit der Menschen und Privatsphäre und Schutz vor Überwachung. Also es kommt darauf an, dass wir den Missbrauch der Macht, die sich aus dem Datensilo ergibt, aus dem Datenbesitz und Eigentum, das ja da faktisch ausgeführt wird, dass wir die brechen. Weil wenn Sie sagen, da werden Standards gesetzt durch reine Marktmacht, dann ist es eben auch ein Missbrauch von Marktmacht. Da werden Unternehmen und kleine Anbieter auch aus dem Markt gedrängt durch Methoden, die einfach mit der schieren Macht der Unternehmen und der Datenräume bestehen. Und wir wollen dafür sorgen, dass eben solche Unternehmen einer Datenteilungspflicht unterlegt werden. Das heißt, sie sollen Daten, die nicht dem Datenschutz unterliegen, offen zur Verfügung stellen, damit andere, zum Beispiel auch kleine Unternehmen und Startups, aber auch die Gesellschaft vor allem, die Zivilgesellschaft, daraus Mehrwerte generieren kann. Denn Datensammlungen sind nicht, die werden für einen bestimmten Zweck erhoben, aber sie sind nicht alleine auf diesen Verwendungszweck reduziert. Allenfalls bei personenbezogenen Daten durch die Datenschutzgrundverordnung. Aber man kann aus Baumkatastern Ideen entwickeln in Richtung Schutz vor Allergien oder Vermeidung von, wenn ich woanders wohnen kann, als da, wo ausgerechnet die Birke vor dem Haus steht. Ja, dann habe ich dadurch einen Mehrwert generiert aus diesen Daten, der im ersten Moment bei der Anlage nicht gedacht war. Und die Idee der Datenteilungspflicht muss natürlich auch begleitet werden vom Staat. Der Staat ist immer noch einer der größten Datenmonopolisten überhaupt. Wir verfügen über sehr, sehr viele Daten, sehr viel Wissen. Und die auch offen zu legen im Sinne einer Open-Data-Verpflichtung des Staates und ein Recht der Bürgerinnen und Bürger, die Daten des Staates zu nutzen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass auch da der Staat entsprechend voranschreitet, auch in ganz Europa. Wenn wir uns in Europa zusammentun zu so einem gemeinsamen Datenraum, dann haben wir auch die wirtschaftliche Kraft und auch unsere Wissenschaft hat dann die Chancen, die sie daraus entwickeln kann, die auch wirklich wirksam werden. Aus welchen Signalen schöpfen Sie die Hoffnung, dass das europaweit möglich ist? Ja, zum einen ist die Open-Data-Strategie in Europa längst angekommen. Das heißt, da werden auch entsprechende Richtlinien ja entwickelt. Und zum anderen ist sehr wohl auch der wettbewerbsrechtliche Gedanke auf der Europäischen Union ganz klar auf dem Vormarsch, dass man eben auch die Marktmacht der Unternehmen betrachten muss und den Missbrauch, der der Marktmacht durch die Daten. Da sind Überlegungen im Gange und die werden wir gemeinsam auch weiterentwickeln. Nun ist künstliche Intelligenz nicht gleichzusetzen mit Digitalisierung. Sie wehren sich da zu Recht dagegen. Aber Digitalisierung und gerade im Bildungsbereich ist ja eine Grundvoraussetzung, um überhaupt zu verstehen, was bei künstlicher Intelligenz auf die Gesellschaft zukommt. Wie werten Sie denn den Erfolg der Digitalstrategie oder ich meine insgesamt wird das ja diskutiert als etwas, was sehr unterschiedlich erfolgreich war in deutschen Schulen. Und wie weit müssen Sie da auch Ihre SPD-Länder zur Jagd tragen? Ja, insgesamt ist es so, dass die Bundesländer in unterschiedlicher Geschwindigkeit und mit unterschiedlicher Überzeugung auch voranschreiten. Aber tatsächlich war ich schon ziemlich beeindruckt davon, dass 2016 die Kultusministerkonferenz einstimmig und zwar innerhalb eines Jahres eine Handlungsempfehlung, Gesamtstrategie sozusagen entwickelt hat, wie jetzt die Digitalisierung in den Schulen vorangebracht werden soll. Da war ganz wichtig enthalten auch das Primat der Pädagogik, dass es immer darum gehen muss, dass die Digitalisierung eingesetzt wird, um die Pädagogik zu verbessern. Und natürlich geht es auch um Inhalte wie Verständnis von Algorithmen. Nicht jeder und jede muss programmieren lernen. Ich selbst verfüge über diese Fähigkeiten. Aber da es 20 Jahre her ist oder noch mehr, reicht es inzwischen, glaube ich, nicht zu mehr als zu dem Verständnis, wie funktionieren eigentlich Algorithmen. Und das ist schon sehr hilfreich natürlich. Und wenn Menschen verstehen sollen, was mit ihren Daten geschieht, wie sie damit umgehen, wie ihre Arbeit, wie ihr Leben beeinflusst wird von Algorithmen, dann brauchen sie dafür natürlich auch die notwendige Grundlage. Das sind aber eher Unterrichtsinhalte als Ausstattung. Trotzdem muss der Bund, und dazu haben wir eine Grundgesetzänderung herbeigeführt 2017, wieder die Länder und die Kommunen dabei unterstützen können, ihre Schulen entsprechend auszustatten, die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte entsprechend auszustatten, damit die eben nicht nur über Medien und über Digitalisierung lernen, sondern auch mit Medien und mit Digitalisierung. Denn natürlich sind die digitalen Lehr- und Lerninhalte beispielsweise wesentlich besser dazu geeignet, auf den Einzelnen zugeschnitten zu werden, auf die einzelne Gruppe auch eben angepasst zu werden, auf den aktuellen Stand gebracht zu werden. Wenn in einem Schulbuch ein falscher Inhalt drinsteht, dann steht ja da 10, 12 Jahre drin, dann kommt die nächste Auflage. Also im Digitalen lässt sich das leicht reparieren, aber vor allem auch individualisieren und entsprechend anpassen. Das heißt also, auch da ist natürlich, abgesehen vom Gewicht des Schulranzens, der auch, wenn Sie mal einen in der Hand hatten, eine ganz schlimme Sache ist, weiterhin mit zwölf Schulbüchern drin, da kann man, glaube ich, auch ein bisschen was machen. Das ist in der Tat einer der wenigen Vorteile von Homeschooling, aber von derer gibt es wirklich in der Tat sehr wenige. Lebenslanges Lernen ist ja auch ein Thema, was sich die Koalition ins Buch geschrieben hat, aber in Frankreich gibt es ja zum Beispiel schon die Möglichkeit, dass man im Prinzip so eine Art Lernkonto mitnimmt, von Arbeitgeber zu Arbeitgeber. Wo sind Sie in der Nachschauungsbedarf? Wir haben solche Konzepte vorgelegt, konnten sie aber bisher vielleicht auch wegen des mangelnden Interesses des Koalitionspartners nicht umsetzen, dass tatsächlich die Arbeitsagentur auch für eine Agentur für Arbeit und Weiterbildung umgewandelt wird, dass die Arbeitsagentur diese Bildungs-, Arbeits- und Erwerbs- und Bildungsbiografie eben auch führt für einen Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin oder einen Erwerbstätigen, sodass man da auch sein Leben lang eben die entsprechenden Zertifikate und wo wir in Deutschland sehr stark darauf ausgerichtet sind, auch mitführen kann, aber auch eben einzelne Module vermerkt bekommen kann. Ich möchte Ihnen noch kurz eine Zahl vorlesen. Also für künstliche Intelligenz hat die Bundesregierung jetzt gerade das Budget erhöht auf 5 Milliarden Euro bis 2025. Dagegen würde ich gerne ein Beispiel aus China setzen. Sie kennen diese Beispiele alle. Die Hafenstadt Tianjin gibt alleine 13 Milliarden für künstliche Intelligenz aus. Das ist eine Zahl, die für sich spricht. Was leiten Sie daraus ab? Nur China und Deutschland zu vergleichen, ist glaube ich nicht okay. Jetzt haben Sie nicht China verglichen, sondern diese Hafenstadt, ist mir schon klar. Aber dennoch, wir müssen schon die Zahlen auch in Europa betrachten. Und wir müssen natürlich auch die Finanzkraft des chinesischen Staates betrachten und die der Europäischen Union. Aber dass wir da noch weiter leisten sollten und müssen, da stimme ich Ihnen absolut zu. Es ist nur eben so, dass wir derzeit, wenn wir derzeit die Mittel erhöhen, dann tun wir es, obwohl wir ja wesentliche Kosten für die Unterstützung der Unternehmen, die jetzt gerade im Moment unter dem Lockdown leiden, zu leisten haben und das Gesundheitssystem entsprechend unterstützen müssen und so weiter und so fort. Das heißt also, wir sind gerade im Moment schon sehr glücklich darüber, dass auch der Haushaltsgesetzgeber, dass der Bundestag uns zustimmt, gleichzeitig Corona zu bewältigen und in die Zukunft zu investieren. Und dabei müssen wir auch bleiben. Wir haben aktuell ganz harte Debatten in der Frage, zum einen, wer finanziert eigentlich die Kosten dieser Corona-Krise? Wie soll das in Zukunft geschehen? Da wird über Vermögensteuern und Ähnliches gesprochen. Aber auch die Frage, wie gehen wir in Zukunft mit der Schuldenbremse um? Und darf die eigentlich im Wege stehen, wenn es um Investitionen in die Zukunft geht? Und da müssen wir auch ganz klar Wege finden, dass wir immer sicherstellen, unter allen Umständen auch sicherstellen, dass Deutschland seine Investitionskraft als Staat und als Innovationstreiber eben auch behält. Nun gut, jetzt habe ich eine Hafenstadt, eine chinesische Hafenstadt, einem gesamten Land gegenübergestellt wird. Und überhaupt wäre das ja fast unfair gegenüber China. Dann stellt sich die Frage, es gibt ja diesen Cyber Valley in Deutschland. Es gibt aber auch, das wird von vielen Seiten immer beklagt, dass die Experten sehr schnell abwandern, weil sie dann ganz einfach andere Bedingungen haben, um zu forschen, andere Budgets. Und 353,3 Milliarden, das ist das Paket, was die Bundesregierung wegen Corona geschmürt hat. Das ist ja ein Ungewicht. Also das ist ja die Frage, wie viel gibt Deutschland aus, um to see another day, um durch diese Krise zu kommen und wie viel, um dann den nächsten Schritt in die Zukunft zu sehen? Also jetzt ist es der Anteil des Zukunftspakets im Konjunkturpaket nicht unerheblich gewesen, aber er besteht nicht nur in künstlicher Intelligenz, sondern insgesamt natürlich haben wir die digitale Infrastruktur zu bewerkstelligen. Sie sprachen von der Ausstattung der Schulen, ohne die auch irgendwie die künstliche Intelligenz nicht zum Fliegen kommt. Und natürlich müssen wir auch investieren in die Verkehrswende, wenn wir den Klimawandel bewältigen wollen, und in die Energiewende und vieles andere mehr. Das heißt also, da ist viel Zukunft drin, auch eine zukünftige Entwicklung der Unternehmen, aber nicht alle Unternehmen, die jetzt am Wechsel vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor ihre Geschäftsfelder verlieren, gewinnen dann ein neues Geschäftsfeld durch KI. Da gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Also es ist nicht alles KI, um es kurz zu sagen. Wir haben eine Menge investiert in zusätzliche Professuren. Auch die müssen entsprechend finanziert werden, aber vor allem müssen die Leute entsprechend bezahlt werden. Das kann ich auch nur bestätigen. Gut, jetzt kommen wir zu den Fragen hier von Ihnen allen an den Bildschirmen. Zunächst, wie sollte Europa und Deutschland sich in Bezug auf die ethischen Herausforderungen im weltweiten Wettbewerb aufstellen? Sollten wir starke Standards durchsetzen und so riskieren, im weltweiten Wettbewerb zurückzufallen? Oder ist es besser, sich den globalen Prozessen anzupassen? Ich glaube, dass die europäischen Standards und ethischen Grundsätze, dass wir die nicht über Bord werfen dürfen, nur um dem Wettbewerb zu genügen. Ich sehe zum Beispiel an der Entwicklung der Privatheit und Verschlüsselungstechnologie und vieles andere mehr, dass solche Grundhaltungen auch in die Welt getragen werden können. Das heißt, da kommt dann auch was zurück, was bisher vielleicht in den USA, ich hatte ja Kalifornien genannt, relativ frei war, wird jetzt eingestampft. Die Stadt San Francisco hat Gesichtserkennung in der Öffentlichkeit verboten. Zum Beispiel, ja, die haben dann eben eine Entwicklung fünf Jahre lang oder zehn Jahre lang ausprobiert und haben gesehen, was macht es mit der Gesellschaft und machen jetzt Schritte zurück. Wir würden eher restriktiv da vorgehen von vornherein. Und ich glaube, dass wir die Möglichkeit haben oder eigentlich die einzige Möglichkeit haben, durch ethische Grundsätze auch entsprechend Vertrauen zu schaffen, dass die Menschen uns auch nicht von Bord gehen, wenn es darum geht, dass wir künstliche Intelligenz auch einsetzen können. Denn Intransparenz und Diskriminierung und die Vorstellung als gläserner Mensch, als gläserner Beschäftigter auch zum Beispiel, durchs Leben zu schreiten, ist erschreckend. Und wir wollen nicht, dass die Menschen erschrecken, sondern dass sie Vertrauen haben und Zuversicht. Und dazu gehören eben auch unsere ethischen Grundsätze. Hier eine Frage, die ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber eigentlich auch sich an dem Thema, wie viel Geld wird zur Verfügung gestellt, orientiert. Gegenüber Investitionen in KI in den USA und China sind europäische Investitionen marginal. Wie kann die EU erhoffen, einen dritten Weg zu gehen, genau den Weg, den Sie gerade beschreiben, wenn nicht das nötige Geld bereitgestellt wird? Ja, tatsächlich haben wir jetzt, und da ist eben die Krise auch wieder so ein Fingerzeig gewesen, die Europäische Union ja hin zu einer sozusagen eigenen Finanzpolitik auch entwickelt, durch diesen Recovery Fund, der auch ein sehr starker Zukunftsfonds ist, der investiert und der aber auch angewiesen ist auf eigene Einnahmen. Das heißt also, die Europäische Union wird weiterentwickelt in ihrer Finanzkraft, die dann nicht mehr alleine aus der Finanzkraft der Mitgliedsländer entsteht. Da ist ja gerade im Moment, wird eine heiße Debatte darum geführt, weil damit verknüpft die Fragen der Rechtsstaatlichkeit sind, wo sich Ungarn und Polen noch querlegen. Ja, da sind ja aber auch eher die Signale, dass sich das eher noch fragmentiert. Also das ist ja nicht ganz im Gegenteil. Da sind ja nicht die Signale, dass man sich überhaupt auf diesen Haushalt und auf dieses Rettungspaket gesamt einigen kann. Ich gehe davon aus, dass wir uns am Ende darauf einigen können werden. Sie sind davon überzeugt, dass man sich mit Ungarn und Polen auf etwas einigen kann? Man wird sich auf eine Lösung einigen können und wir werden weiter schreiten in der europäischen Einigung, weil es notwendig ist. Ich würde Ihnen gerne ein Zitat von Sigmar Gabriel nennen, der jetzt im Hinblick auf die Frage, inwieweit er es vermisst, sich in seiner SPD zu engagieren, geantwortet hat. Sein Urteil ist relativ vernichtend. Wenn man drauf schaut, wie wenig sich die eigene Partei mit dieser Welt und der Rolle, die das für Deutschland, Europa und die SPD bedeutet, auseinandersetzt, dann ist man doch ganz froh, dass man da keine Verantwortung mehr trägt. Was sagen Sie dazu? Ich habe, glaube ich, eine kluge Vorgehensweise, mit solchen Äußerungen umzugehen, indem ich sie nicht kommentiere. Hier noch eine Frage. Was halten Sie von den Versuchen, einen globalen Rahmen für KI zu schaffen? Wie er in der UNESCO, der OECD und den G20 verhandelt wird? Wie können diese globalen Regulierungsversuche mit den europäischen Ansätzen verbunden werden? Dazu muss man natürlich wissen, dass die nicht notwendigerweise gerade im G20-Rahmen überhaupt rechtsverbindlich sind. Da müssen wir differenzieren zwischen Erklärungen und rechtlich bindenden Regulierungen. Da hängen wir ja noch sehr stark in der Luft und müssen auch da, sowohl wie in der Europäischen Union auch auf internationaler Ebene dafür sorgen, dass sich die auseinanderstrebenden Kräfte, die eben ja auch vorhanden sind und die mit dem Brexit und auch mit der Präsidentschaft eines ehemaligen amerikanischen Präsidenten verbunden sind, dass die nicht weiter Fuß fassen, sondern dass wir in den Fragen auch beieinander bleiben. Hier nochmal eine Frage zur transatlantischen Partnerschaft. Die US-Amerikaner erhoffen sich von der EU, ein Partner gegen China zu sein, auch im Feld der KI. Wie weit sollte sich Europa auf diese Partnerschaft einlassen? Und wir hatten ja auch im Vorfeld besprochen, dass die USA da auch einen ganz anderen Bezug zu Daten und wie Daten verwendet werden haben. Auch da entwickelt sich einiges, sowohl in Bezug auf die Daten als auch in Bezug auf die Marktmacht. Ich glaube, die größten, die stärksten Signale in der Frage müssen große Plattformunternehmen zerschlagen werden, kommen derzeit nicht aus Europa, sondern aus den USA. Insofern, ich glaube, auch da ist einiges im Fluss. Und natürlich ist Deutschland und Europa klug beraten, nicht nur mit den US-Amerikanern, sondern auch mit anderen Akteuren in aller Welt, gute Beziehungen aufrecht zu erhalten. Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern über lange Frist auch. Der Welthandel ist für Deutschland als Exportweltmeister ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und das geht nicht in eine Richtung. Wir haben nicht nur ein bilaterales Verhältnis jetzt mit den USA, sondern wir müssen immer multilateral unterwegs sein. Gut, die Frage ist, ob wir diese Wahl notwendigerweise in Zukunft auch haben. Die USA wollen ja doch sehr deutlich, dass sich Europa, auch gerade Deutschland, Richtung USA und somit auch gegen China positioniert. Und das ist ja eine Frage, da merkt man auch, dass die Bundeskanzlerin die eigentlich gar nicht wirklich beantworten will, wenn man sich zwischen den USA und China entscheiden müsste. Wie würde sich eine SPD da entscheiden? Man muss sich nicht zwischen den USA und China entscheiden. Man muss mit großer Sorge betrachten, wie die Chinesen derzeit in Asien agieren. Und das ist nicht zu lösen, indem wir uns gegenstellen und zwei Pole entwickeln, wie wir sie im Kalten Krieg auch schon mal hatten, sowohl von Wirtschaftsräumen her als auch politisch. Das ist kein guter Weg gewesen und das ist auch für die Zukunft kein guter Weg. Wir müssen alle Akteure und alle Partner auch mit der entsprechenden Wertschätzung begegnen, aber auch natürlich an den Regeln arbeiten, wie man zusammenarbeitet. Und da haben wir ja gerade in den letzten Monaten hart in der Frage gerungen, wie geht man im Kern des Betriebssystems unserer digitalen Gesellschaft, also im Kern des Internet mit Komponenten um von Herstellern, wo wir nicht so sicher wissen, wie viele Hintertüren da eingebaut sind. Gut, da wird ja auch eine klare Positionierung aus den USA erwartet und mehr. So ist es. Und wir haben auch mit den USA immer wieder Auseinandersetzungen in der Frage, wie sicher sind unsere Daten eigentlich bei den Anbietern, bei den Cloud-Anbietern zum Beispiel, die eben ihre Server nicht hier in Deutschland stehen haben, sondern woanders. Wenn da entsprechende Gesetzgebung gegeben ist, dass der Staat jederzeit darauf Zugriff hat, dann haben unsere Unternehmen da kein Vertrauen. Denn wir wissen aus den Snowden-Akten, dass das Interesse der NSA nicht ausschließlich politischen Zusammenhänge golden hat, sondern immer auch sehr stark wirtschaftlichen Zusammenhängen. Das heißt, Wirtschaftsspionage ist auch das Geschäft der allgemeinen Spionage. Und da müssen wir auch darauf bestehen, dass da Sicherheit gegeben ist. Gut, da gibt es auch die europäische Initiative jetzt Gaia-X. Aber ist das die Antwort? Das ist eine mögliche Antwort. Wir müssen sowohl Alternativen anbieten. Es wird sich nicht auf Gaia-X beschränken, sondern wir werden auch Plattformen, Kommunikationstools. Denken Sie an den französischen Staat, der Signal als Basis für einen Behörden-Messenger. Jetzt herangezogen hat und nicht etwa WhatsApp aus nachvollziehbaren Gründen. Wir müssen für Alternativen sorgen. Wir müssen immer wieder auch die Open-Source-Alternativen stärken. Tatsächlich nicht nur in Sonntagsreden, sondern auch in der Beschaffung unterstützen, damit wir Alternativen haben und damit wir dann auch in eine Position kommen, überhaupt Standards und Vorgaben zu machen. Hier noch eine Frage zu Afrika. Wie sollte sich Europa in Bezug auf die Digitalisierung in Entwicklungsländern positionieren, vor allem in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen zu den afrikanischen Ländern? Wo ich auch noch mal zur Debatte stellen würde, ob bei der Digitalisierung die afrikanischen Länder jetzt immer hinterher sind. Da gibt es ja sehr innovative Ansätze, gerade was die Bildung angeht. Ja, durchaus. Da gibt es sehr innovative Ansätze und sehr spannende. Zum Teil entstanden durch Zusammenarbeit auch mit unserer GIZ, aber auch natürlich aus eigener Kraft. Insgesamt ist der globale Norden klug beraten, sich da auf Augenhöhe auch zu begeben mit den Staaten, um auch voneinander zu lernen. Denn wer jetzt in die Technologien einsteigt, auch in Bezug auf den Klimawandel und vieles andere, wer jetzt in moderne Technologien einsteigt als Gesellschaft, der hat womöglich einen ganz anderen Ansatz als wir, wie die wir schon zehn oder 15 Jahre unterwegs sind und da schon womöglich falsche Abwägungen an Stellen genommen haben. Das heißt, man kann immer voneinander lernen, ist klug beraten, auch die als echte Partner zu betrachten. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was wäre der größte Brocken, den Sie aus dem Weg räumen würden, im Hinblick sowohl auf Digitalisierung, aber auch den aus Ihrer Perspektive sinnvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz in Deutschland? Ich würde gerne haben wollen, dass wir durch Bildung und durch starke Schutzrechte den Menschen Sicherheit geben, dass sie jederzeit Herr ihrer Daten, ihrer digitalen und tatsächlichen Identität sind und dass sie auch, was die Erwerbsarbeit und Teilhabe im gesellschaftlichen Leben anbelangt, jederzeit die Weiterbildung bekommen, die sie brauchen, um sich auch weiterentwickeln zu können. Was haben die Deutschen aus Ihrer Perspektive, und Sie können ja programmieren, Sie kommen ja im Prinzip aus einer sehr digitalen Welt, über künstliche Intelligenz noch nicht verstanden? Dasselbe, was die Abgeordneten in dieser Enquete-Kommission nicht verstanden hatten. Einerseits eben bei künstlicher Intelligenz an iRobot zu denken und andererseits gar nicht zu ahnen, von wie viel künstlicher Intelligenz wir bereits umgeben sind. Wenn wir ohne Navi nicht mehr nach Hause finden, aber Glück haben, dass wir dieses Navi haben, dann basiert es auf künstlicher Intelligenz. Wir verlassen uns darauf, übrigens ohne jede Transparenz. Und da glaube ich, dass noch viel Information und Bildung notwendig ist, um da ein gesundes Verhältnis und einen gesunden Blick auf die Realität zu erschaffen. Können Sie mit mir kurz eine Voraussage wagen in zehn Jahren? Wie sieht dann die deutsche Wirtschaft aus? Wird die Automobilindustrie immer noch die treibende Kraft sein? Und werde ich überhaupt noch vor Ihnen stehen? Macht das dann künstliche Intelligenz? Also einen Blick in, wie sich die Welt in zehn Jahren entwickelt haben wird, das finde ich in heutigen Zeiten sehr, sehr mutig, sich so etwas auszudenken. Ich hoffe, dass wir uns weiterhin gegenüberstehen. Das möchte ich ganz klar sagen. Wir werden, wenn wir jetzt diese Zeiten der Distanzkonferenzen und Distanzlernens und der Distanzarbeit und Homeoffice und so weiter erleben und der Kontaktvermeidung, dann erleben wir ja auch, dass uns was fehlt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir menschliche Begegnungen und auch menschliche Entscheidungen aufrechterhalten müssen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Fund. Und darüber hinaus muss ich sagen, als diese Geräte vor zehn, ein bisschen mehr als zehn Jahren erfunden wurden, ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, zwei, zwölf, dreizehn Jahre, haben wir geahnt, was damit passieren würde und wie diese Entwicklung unsere Gesellschaft verändern würde. Wenn man heute auf einen Bahnsteig schaut, wenn der Zug drei Minuten Verspätung hat, dann stehen 98 Prozent der Menschen da und gucken mal nach, was ist so eben, was so auf dem Handy passiert. Das ist unglaublich, wie sich die Welt entwickelt hat. Und da zu wissen, was in zehn Jahren ist, ob möglicherweise die vielen Funktionen, die wir heute in diesem kleinen Hochleistungsrechner mit uns rumtragen, in der Hosentasche, ob die möglicherweise wieder auseinanderlaufen, in viele Einzelgeräte, die wir vielleicht im Ohr, in der Brille oder am Arm tragen werden, wir wissen es nicht. Aber ich hoffe, dass wir als Gesellschaft die Kraft uns bewahren, die Dinge so zu gestalten, dass sie den Menschen dienen. Saskia Esken, Co-Vorsitzende der SPD in Deutschland, herzlichen Dank, dass Sie mit uns hier gesprochen haben. Und thank you all for following this debate. We'll just take a very short technical break and we'll be back with you on a debate about labor in the age of automation. You will be able to ask questions to Roger Bütel, he's an economist, Janina Kugel, the former human resources head of Siemens, who now advises the government on questions of labor, the MP Johannes Vogel from the Free Democrat Party and the trade unionist Andy Stern, who says it's time for a basic income for all. That's coming up in just a couple of minutes from now. Thanks for watching us. Thank you. Untertitelung des ZDF, 2020